Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Maria, Haupt des Glaubens, glorreiche Mutter Christi, im Glauben hast du deinen Sohn empfangen und bei seinem Sterben an seine Auferstehung geglaubt. Amen. 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 Du bist für die Kirche der Wort des Glaubens. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Bitte für uns, arme Söchter, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns, arme Söchter, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Maria, du Mutter und Königin des Karmes, bitte für uns, ca. drei Minuten Stille. Vielen Dank. 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 Unerschütterlich in der Hoffnung und beharrlich in der Liebe. Amen. 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 Sei gegrüßt, O Königin. Mutter der Barmherzigkeit, unser Leben, unser Leben, und unsere Sonne und unsere Hoffnung sei gegrüßt. Amen. unsere Fürsprecherin, und und allen deinen Segen, und 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 und